Die Zauberin, Kapitel 17 Ich träumte vom Umgraben im Garten, als ein stechender Schmerz im Nacken mich weckte. Ohne die Augen zu öffnen, tastete ich nach dem Kissen, um sie mir behaglich unter dem Kopf zurechtzustopfen und meine Nackenerlechterung zu verschaffen, aber ich fand keine Kissen und fühlte nicht einmal die Matratze. Dafür hatte ich ein schwindliches Gefühl, als hätte ich am Abend zu viel gegessen und getrunken. Ganz langsam öffnete ich die Augen, aber mein Blick fiel nicht wie erwartet auf die Wand oder die Decke, sondern auf Äste und grüne Blätter. Ich versuchte mich aufzurichten und alles kam ins Wanken. Da wurde mir klar, dass ich nicht in meinem Bett war. Ich hing in einer Art Ledergeschirr in der Luft und nicht die Welt um mich her schwankte, sondern ich selbst. Mir war vollkommen klar, dass dies kein Traum war. Ich bemühte mich krampfhaft, meine Gedanken und Wahrnehmungen zu ordnen und kam schließlich darauf, dass ich in diesem Ledergeschirr mittels eines Flaschenzugs in die oberen Äste eines Baums gehievt worden war. Dieses seltsame Erwachen und dann die Entdeckung, dass unter mir nichts war, lösten eine plötzliche Höhenangst in mir aus. Ich war noch nie in meinem Leben in einer Baumkrone gewesen. Ich begann, um Hilfe zu schreien. Niemand kam und so schrie ich weiter, bis mir die Stimme versagte. Erschöpft hing ich schließlich wie ein Rollbraten da. Dieses körperliche Entsetzen hatte mich außerhalb der Kontrolle über meine Schließmuskeln beraubt und damit war die Katastrophe vollkommen. Immerhin hatte das Schreien mich auch von der Angst entleert und so begann ich mich jetzt umzusehen, um zu einer nüchternen Einschätzung meiner Lage zu kommen. Arme und Hände waren frei und wenn ich den Kopf senkte, konnte ich sehen, was mich da in der Luft hielt. Dicke, braune Ledergurte waren mir um Hüfte, Brust und Beine geschnallt. Um den Baumstamm war ein weiterer Riemen befestigt, der das Ende eines mit einem Flaschenzugs versehenen Seils hielt. Ich erkannte, dass ich nichts weiter tun musste, als dieses Seil zu lösen, um mich herunterzulassen. Es kostete mich gewaltige Anstrengungen, das Seil zu erreichen und mich mit zitternden Armen und Händen langsam abzulassen. Aber als ich dann unten war, konnte ich die Riemenschnallen eine nach der anderen lösen und mich von dem Geschirr befreien. Ich lief ins Haus und rief nach Clara. Eine vage Erinnerung sagte mir, dass ich sie nicht finden würde, aber es war mehr ein Gefühl als ein klares Wissen. Ganz automatisch begann ich nach ihr und Manfred zu suchen, fand aber keinen von beiden. Langsam dämmerte mir, dass alles irgendwie anders geworden war, aber ich wusste nicht, was sich verändert hatte und seit wann und vor allem warum. Ich wusste nur, dass etwas unwiderruflich zerbrochen war. Ich verfiel in einen langen inneren Monolog. Weshalb nur musste Clara gerade jetzt, wo ich sie am dringendsten brauchte, eine ihrer mysteriösen Reisen machen. Dann sagte ich mir, es könnte vielleicht auch andere Gründe für ihre Abwesenheit geben. Vielleicht wich sie mir bewusst aus oder besuchte ihre Verwandten auf der linken Seite. Dann fiel mir die Begegnung mit Nelida wieder ein und ich stürzte zu der Verbindungstür zwischen den beiden Hausseiten und versuchte sie zu öffnen, gegen Claras ausdrückliches Verbot, mir an dieser Tür zu schaffen zu machen. Sie war verschlossen. Ich rief ein paar Mal laut hinüber, dann trat ich ärgerlich gegen die Tür und ging zu meinem Zimmer. Bestürzt stellte ich fest, dass es ebenfalls verschlossen war. In wachsender Panik probierte ich sämtliche Türen auf dem Korridor und fand sie alle verschlossen, bis auf eine, die zu einer Art Rumpelkammer führte. Ich hatte diesen Raum, Claras Anweisung folgend, nie betreten. Aber die Tür war immer eine Handbreit offen und so oft ich an ihr vorbeikam, hatte ich einen Blick durch den Spalt riskiert. Diesmal ging ich hinein und rief nach Clara und Nelida, sie sollten sich endlich zeigen. Das Zimmer war dunkel, aber bis in den letzten Winkel mit einem Sammelsurium der kuriosesten Dinge gefüllt, die ich je gesehen hatte. Es war derart vollgestellt mit grotesken Skulpturen und allerlei Kisten und Kästen, dass man sich kaum noch bewegen konnte. Ein wenig Licht fiel durch ein wunderschönes, farbiges Erkerfenster in der Außenmauer. Es war ein weicher Farbschimmer, der sich auf alle Gegenstände im Raum legte. So, dachte ich, müssen die Abstellräume mondäner, aber längst ausgemusterter Ozeanriesen aussehen, die einst die Welt von einem Ende zum anderen bereist haben. Plötzlich begann der Boden unter mir zu schwanken und zu knarren und die Dinge im Zimmer schienen hin und her zu wandern. Ich schrie unwillkürlich auf und war mit einem Satz wieder auf dem Korridor. Mein Herz klopfte so schnell und so laut, dass ich einige Minuten und viele tiefe Atemzüge brauchte, um es wieder zu beruhigen. Dann bemerkte ich, dass auch der große, begehbare Schrank gegenüber der Abstellkammer offen war. Drinnen befanden sich all meine Kleidungsstücke auf Bügeln oder ordentlich gestapelt in den Regalen. Am Ärmel der Jacke, die Clara mir an jenem allerersten Tag gegeben hatte, war mit einer Nadel ein Zettel mit einer Nachricht an mich befestigt. Ich las, Taisha, wenn du diese Nachricht liest, hast du dich offenbar vom Baum heruntergelassen. Bitte, folge meinen Anweisungen Wort für Wort. Geh nicht in dein altes Zimmer zurück. Es ist abgeschlossen. Von jetzt an wirst du in deinem Ledergeschirr oder im Baumhaus schlafen. Wir, übrigen, sind alle auf Reisen und es wird eine Zeit dauern, bis wir zurück sind. Das ganze Haus steht in deiner Obhut. Tu dein Bestes. Unterschrieben war mit Nelida. Wie vor den Kopf gestoßen, starrte ich den Zettel lange an, las ihn wieder und wieder. Das Haus in meiner Obhut. Was macht Nelida damit meinen? Was sollte ich denn hier tun, so ganz alleine? Und das Schaurigste an der ganzen Sache war, der Gedanke, in diesem entsetzlichen Ledergeschirr schlafen zu müssen. Hätte ich doch nur weinen können. Ich wollte mich selbst bedauern, weil sie mich alleine gelassen hatten. Ich wollte ihnen böse sein, weil sie mich nicht einmal vorgewarnt hatten. Aber es ging nicht. Ich stampfte hin und her, um mich in meine alte Wut hineinzusteigern, aber auch hier, fehlen Zeige. Es war so, als wäre etwas in mir ausgeknipst worden, so dass ich jetzt trotz aller Schrecken sonderbar ungerührt blieb und die altvertraute Emotionen nicht mehr hervorbringen konnte. Aber im Stich gelassen fühlte ich mich doch. Ich begann zu zittern, wie ich es immer getan hatte, wenn ein Tränenausbruch bevorstand, aber nicht Tränen stürzten hervor, sondern eine Flut von Erinnerungen und traumartigen Visionen. Ich hing in meinem Ledergeschirr und blickte nach unten. Dort am Fuß des Baumes standen Leute und lachten und klatschten. Sie riefen zu mir herauf, damit ich ihnen meine Aufmerksamkeit zuwandte. Dann machten sie gemeinsam ein Geräusch wie Löwengebrüll und gingen weg. Ich wusste, dass es ein Traum war, aber ich wusste ebenso, dass die Begegnung mit Nelida ganz entschieden kein Traum gewesen war. Schließlich hielt ich ihre Nachricht in der Hand. Unklar blieb mir jedoch, wie lange ich da oben im Baum gehangen haben mochte und weshalb. Nach dem Zustand meiner Kleidung und meinem Bärenhunger zu schließen, konnte es Tage gewesen sein. Aber wie war ich dort oben hingekommen? Ich nahm einige Kleidungsstücke aus dem Schrank und ging zum Waschhaus. Als ich dann sauber und frisch angezogen war, fiel mir ein, dass ich im Küchenhaus noch nicht nachgesehen hatte. Vielleicht war Clara da und aß gerade und hatte mein Schreien nicht gehört. Ich stieß die Tür auf, aber die Küche war leer. Ich stöberte nach Essbarem und fand schließlich auf dem Herd meinen Lieblingseintopf vor. Ganz sicher, redete ich mir ein, hatte Clara dieses Gericht für mich hinterlassen, aber als ich probierte, entrang sich mir ein tränenloses Schluchzen. Das Gemüse war nicht gewürfelt, sondern in feine Scheiben geschnitten und es gab nur ganz wenig Fleisch. Da wusste ich, dies konnte nicht Claras Werk sein. Sie war wirklich weg. Zuerst wollte ich den Eintopf nicht essen, aber ich war schrecklich hungrig. Ich nahm mir eine Suppenschale aus dem Regal und füllte sie bis zum Rand. Erst als ich mir nach dem Essen Klarheit über meine Lage zu verschaffen versuchte, fiel mir ein, dass es noch eine Stelle gab, an der ich bisher nicht nachgesehen hatte. Ich lief zur Höhle in der Wagenhoffnung, Clara oder den Nagual zu finden. Es war niemand da, nicht einmal Manfred. Die Einsamkeit der Höhle und der Hügel erfüllte mich mit unendlicher Traurigkeit und ich hätte alles darum gegeben, jetzt endlich weinen zu können. Ich kroch in die Höhle und empfand die Verzweiflung einer Stummen, die gestern noch hatte sprechen können. Am liebsten wäre ich auf der Stelle gestorben, aber stattdessen schlief ich ein. Als ich wieder wach wurde, ging ich zum Haus zurück. Wenn alle anderen weg sind, konnte ich eigentlich auch verschwinden, dachte ich. Ich ging zu meinem Wagen. Clara hatte ihn immer gefahren und in der Stadt warten lassen. Ich ließ ihn an, um die Batterie aufzuladen und zu meiner Erleichterung lief er einwandfrei. Im Haus stopfte ich ein paar von meinen Sachen in eine Tasche, aber schon an der Hintertür meldeten sich heftige Gewissensbisse. Ich las Nelidas Nachricht noch einmal. Sie bat mich, das Haus zu hüten. Ich konnte es nicht einfach im Stich lassen. Mein Bestes sollte ich tun, hieß es da. Offenbar hatten sie mich mit einer ganz bestimmten Aufgabe betraut und ich musste bleiben, sei es auch nur, um herauszufinden, worin die Aufgabe bestand. Ich verstaute meine Sachen wieder im Schrank und legte mich auf die Couch, um mir klar zu machen, wo ich stand. Mit meinem Geschrei hatte ich offensichtlich meine Stimmbänder überfordert. Meine Kehle war wund, aber ansonsten schien ich in guter körperlicher Verfassung zu sein. Schreck, Angst und Selbstmitleid waren verflogen und mir blieb nichts als die Gewissheit, dass auf dem linken Flur etwas Ungeheuerliches mit mir geschehen sein musste. Doch so sehr ich mich auch müde, ich konnte mich nicht erinnern, was nach dem Überschreiten der Schwelle passiert war. Und von solch grundsätzlichen Erwägungen einmal abgesehen, hatte ich auch noch ein ganz unmittelbares Problem. Ich wusste immer noch nicht recht, wie man den Holzherd in der Küche einheizt. Clara hatte es mir immer wieder gezeigt, aber ich fand einfach nicht den Dreh. Vielleicht, weil ich nicht erwartete, jemals auf eigene Künste angewiesen zu sein. Als einzige Lösung fiel mir ein, das Feuer gar nicht mehr ausgehen zu lassen und auch die Nacht über immer wieder nachzulegen. Ich lief in die Küche, um schnell Holz aufzulegen, bevor das Feuer ausging. Dann setzte ich Wasser auf und wusch mein Geschirr ab. Das restliche Wasser goss ich in den Kalksteinfilter, der wie ein großer, invertierter Kegel aussah. Die große Apparatur stand auf einem massigen, gusseisernen Ständer und filterte Tropfen für Tropfen das abgekochte Wasser. Aus dem Auffangbehälter unter dem Flur schöpfte ich einige Kellen in meinen Krug. Dann trank ich ein paar Schlucke von dem köstlichen, kühlen Wasser und entschied mich, ins Haus zurückzugehen. Mir kam der Gedanke, dass ich vielleicht noch weitere Nachrichten von Clara oder Nelida finden würde, denen genaueres über meine Aufgabe zu entnehmen wäre. Ich suchte nach Schlüsseln zu den einzelnen Zimmern. In einem Schrank auf dem Flur fand ich etliche Schlüssel mit Namensschildern. Ich nahm den, der Nelidas Namen trug und probierte ihn aus. Zu meiner Überraschung passte er für meine Zimmertür. Dann nahm ich Klaras Schlüssel und fand nach einigen Versuchen die Tür, zu der er gehörte. Ich schloss auf und öffnete die Tür, aber hineingehen und herumschnüffeln. Nein, das konnte ich nicht. Selbst wenn sie weg war, durfte ich nicht in ihren privaten Bereich eindringen. Ich machte die Tür wieder zu, schloss ab und brachte die Schlüssel an ihren Platz zurück. Dann ging ich ins Wohnzimmer zurück und setzte mich auf das Kissen am Boden, den Rücken an die Sofakante gelehnt, wie Nelida es mir geraten hatte. Kein Zweifel, das beruhigte die Nerven. Wieder kam mir der Gedanke, zu meinem Wagen zu gehen und wegzufahren, aber ich hatte eigentlich gar nicht den Wunsch wegzufahren. Ich beschloss, die Herausforderung anzunehmen und das Haus zu hüten, solange sie weg waren, mochte es auch ewig dauern. Da ich nichts Bestimmtes zu tun hatte, dachte ich, könnte ich es mal mit dem Lesen probieren. Ich hatte meine negativen Erfahrungen aus der Kindheit mit Büchern rekapituliert und es wäre sicher interessant zu sehen, ob sich meine Einstellung gegenüber den Büchern geändert hatte. Ich ging auf den Korridor, um in den Regalen zu stöbern. Ich stellte fest, dass es größtenteils deutschsprachige Bücher waren, daneben fand ich einige englische und ein paar spanische Ausgaben. Ich verschaffte mir einen flüchtigen Überblick, der ergab, dass die deutschen Bücher größtenteils von Botanik handelte, manche auch von Zoologie, Geologie, Geografie und Ozeanografie. In einem anderen Fach etwas versteckt, stieß ich auf einige englische Bücher über Astronomie. Bei den spanischen Büchern, die auch in einem gesonderten Fach standen, handelte es sich um Romane und Lyrik. Ich nahm mir zuerst die Astronomie-Bücher vor, denn dieses Thema hatte mich schon immer fasziniert. Ich holte ein dünnes Buch mit vielen Bildern heraus und begann zu blättern. Doch sehr bald schlief ich darüber ein. Als ich aufwachte, war es stockdunkel im Haus und ich musste mich vorsichtig zur Hintertür tasten. Auf dem Weg zum Generatorschuppen sah ich, dass in der Küche Licht war. Jemand musste den Generator also schon angelassen haben. In der freudigen Erwartung, dass vielleicht Clara wieder da wäre, lief ich zur Küche hinüber. Aber als ich näher kam, hörte ich leisen Gesang, spanischen Gesang und es war nicht Klaras Stimme, es war eine männliche Stimme und nicht die des Naguals. In banger Erwartung ging ich weiter. Ich war kurz vor der Tür, als plötzlich ein Mann seinen Kopf herausstreckte und gemeinsam mit mir einen Schrei ausstieß. Offenbar hatte ich ihn so sehr erschreckt, wie er mich. Er trat aus der Tür und einen Augenblick lang standen wir einfach da und starrten einander an. Er war schlank, aber nicht hager, drahtig und doch muskulös. Er war so groß wie ich, vielleicht zwei, drei Zentimeter größer. Er trug einen blauen Overall wie die Mechaniker in der Utterwerkstatt und hatte eine helle, rötliche Gesichtsfarbe. Sein Haar war grau. Nase und Kinn waren spitz und er besaß hervorstechende Backenknochen und einen kleinen Mund. Seine Augen waren wie die eines Vogels, dunkel und rund, aber doch voller Licht und Leben. Vom Weiß seiner Augen war kaum etwas zu sehen. Insgesamt machte er auf mich nicht den Eindruck eines alten Mannes, sondern wirkte wie ein Junge, der aufgrund irgendeiner exotischen Krankheit den Anschein von Alter bekommen hatte. Er hatte beides zugleich, Alter und Jugend. Etwas Anziehendes und etwas Beunruhigendes. Ich bot mein bestes Oberschul-Spanisch auf, um ihn zu fragen, wer er sei und was er hier tue. Auch er sah mich neugierig an. Ich spreche Englisch, sagte er so gut wie akzentfrei. Ich habe jahrelang in Arizona bei Klaras Verwandten gelebt. Ich heiße Emilito und bin der Hausmeister. Du musst die Baumbewohnerin sein. Wie bitte? Ich finde, Untertitelung des ZDF, 2020